Am 5.10.2021 wurde die aktualisierte Version der S3-Latin Empfehlung zur stationären Therapie von Patienten mit Covid-19 von Kluge und Coworkers unter der Federführung der AWMF veröffentlicht. Beteiligte, Fachgesellschaften, Federführer und die DGI, IN, die DIVI, DGP und DGI. Hier die Autoren Kluge Jansens, Welte, Weber, Carsten Schelte, Spinner, Marlin, Gastmeier, Langer, Weppler, Westhoff, Pfeiffer, Rabe, Hoffmann, Böttiger, Weinmann, Menke, Kerstin, Berlitt, Kavtschick, Nils, Hasemüller, Notaker, Marx und Karat Gianidis. Sowie die Autoren für das Team des Covid-19-Evidenz-Ökosystems, Federführer und hier auch Fichtner, Laudi, Stegemann, Weibel und Skötz. Das sind die beteiligten Fachgesellschaften. Hier nochmal alle zwölf Kapitel dieser S3-Leitlinie. In diesem Beitrag beschäftigen wir uns mit dem sehr umfangreichen Kapitel Medikamentöse Therapie. Hier gab es die meisten Neuerungen. Nochmal die Empfehlungsgraduierung, starke Empfehlung soll, soll nicht, Empfehlung sollte, sollte nicht und Empfehlung offen, kann erwogen werden, kann verzichtet werden. Medikamentöse Therapie, Antinfektive Therapie und allgemeine Therapieprinzipien Bei Verdacht auf eine bakteriell bedingte ambulant erworbene Pneumonie, nosokombiale Pneumonie oder bakterielle Koinfektion mit extrapulmonarem Fokus soll eine leitlingerechte Diagnostik und Einleitung einer empirischen Antibiotikatherapie frühzeitig initiiert werden. Grundsätzlich sollte bei Beginn der Behandlung auf der Intensivstation und bei einer Verschlechterung des Patienten im Verlauf die Abnahme von mindestens zwei sowohl aeroben als auch anaeroben Blutkultursets erfolgen. Neben den entsprechenden klinischen Zeichen kann ein erhöhter PCT-Wert auf eine bakterielle Superinfektion hinweisend sein. Das CRP hingegen eignet sich bei Covid-19 nicht gut zur Einschätzung einer bakterien Superinfektion, wohl aber zur Schwere des Verlaufs. Die Antibiotikatherapie soll wieder beendet werden, wenn sich der Verdacht auf eine bakterielle Co-Infektion nicht bestätigt, beispielsweise bei fehlendem Erregernachweis, fehlendem labarchemischen Hinweis oder regredientem Fieber. Wenn der Verdacht auf eine bakterielle Infektion sich bestätigt, soll die Antibiotikatherapie spätestens nach 48 bis 72 Stunden re-evaluiert, an vorliegende mikrobiologische Befunde angepasst und möglichst deeskaliert werden. Die leitlinige Rechte-Pneumonietherapiedauer von 5 bis 7 Tagen soll eingehalten werden. Eine prophylaktische Antibiotikagabe bei schon gesicherter Infektion mit SARS-CoV-2 wird nicht empfohlen, da bakterielle Co-Infektionen selten sind. Das Auftreten einer Covid-19-assoziierten invasiven pulmonaren Aspergylose, CARPA, wird in Fallserien und Beobachtungsstudien mit sehr unterschiedlicher Prävalenz berichtet. Die tatsächliche Prävalenz ist aufgrund von uneinheitlichen Definitionen und diagnostischen Kriterien noch nicht klar. Bei kritisch kranken Covid-19-Patienten mit fortgeschrittener Covid-19-Erkrankung und mit klinischer Verschlechterung sollte eine CARPA in Betracht gezogen werden. Die diagnostische Aufarbeitung soll mittels Kombination von klinischen, radiologischen und mikrobiologischen Kriterien sowie Bestimmung von Biomarkern, Galactomanagen, Gm, entsprechende Leitlinien erfolgen. Zu beachten ist, dass bei nicht-neutropänen Patienten die Sensitivität der Biomarkerbestimmung im Serum-Plasma niedriger als in der BAL ist. Einleitung und Zusammenfassung spezifische medikamentöse Therapie Die nachfolgenden Beurteilungen sind aufgrund der raschen Generierung neuer Studienergebnisse als in beständiger Überarbeitung angesehen und müssen in kurzem Abstand re-evaluiert bzw. überarbeitet oder ergänzt werden. Für die medikamentöse Therapie hospitalisierter Covid-19-Patienten gibt es zwei Ansätze, antiviral und immunmodulatorisch. Im Folgenden sind Therapien aufgeführt, die an einem randomisiert kontrollierten Studiendesign untersucht und peer-reviewed veröffentlicht worden sind. Es wird darauf verwiesen, dass die Mehrheit der Arzneimittel derzeit nur Remdesivir trotz Empfehlung in der Leitlinie nicht zur Anwendung der Covid-19-Therapie zugelassen ist. In der Frühphase der Covid-19-Erkrankung, in der Patienten noch keine humorale Immunantwort entwickelt haben, können SARS-CoV-2 neutralisierende monoklonale Antikörper, MABs, einen positiven Einfluss auf den Krankheitsverlauf haben. Für JAK-Inhibitoren wie Baricitinib, Tofacitinib und Ruxolitinib gibt es inzwischen ausreichend Evidenz für einen Überlebensvorteil, wenn diese bei hospitalisierten Patienten ohne Sauerstoffbedarf oder mit maximal Low-Flow-Sauerstoff, WHO-Skala 4-5 eingesetzt werden. Alle Patienten mit Low-Flow-Sauerstoffbedarf oder schwerem Erkrankungsverlauf sollen zudem Dexamethasone halten, WHO-Skala 5-9. Ein klinischer Nutzen einer Therapie mit dem IL-6-Antagonisten Tozilizumab ist nur bei Patienten mit Sauerstoffbedarf und rasch progradierendem Krankheitsverlauf hin zum Resperturschversagen WHO-Skala 5-6 zu erwarten. Tozilizumab sollte jedoch nicht zusammen mit JAK-Inhibitoren eingesetzt werden, der Nutzen oder Schaden einer sequentiellen Therapie wurde in klinischen Studien nicht geprüft. Der klinische Nutzen von Remdesivir bei Patienten mit Low-Flow- und High-Flow-Sauerstoff bis hin zur nichtinvasiven Beatmung WHO-Skala 5-6 bleibt auf Grundlage der vorliegenden Evidenz aus randomisiert kontrollierten Studien weiterhin unsicher. Bei Patienten ohne Sauerstoffbedarf WHO-Skala 4 oder mit invasiver Beatmung WHO-Skala 7-9 soll Remdesivir nicht zur Therapie der COVID-19-Erkrankung eingesetzt werden. Hier die evidenzbasierte Negativempfehlung zur Medikamentöse-Therapie bei COVID-19. Reconvenessant Plasma soll nicht, Ivermectin soll nicht, Vitamin D soll nicht, Acetomycin soll nicht, Bamlanivimab als Monotherapie soll nicht und Anakindra soll nicht und Colchicin soll nicht. Hier sehen wir die Mortalitätsreduktion absolut und das relative Risiko und hier die Qualität der Evidenz bezüglich Mortalität. Beim Reconvenessant Plasma ist das hoch, Ivermectin ist sehr niedrig, auch beim Vitamin D sehr niedrig, beim Acetomycin ist sie hoch, beim Bamlanivimab Monotherapie niedrig und Anakindra und Colchicin eine moderate, Qualität der Evidenz. Hier auch die Übersicht der Empfehlung der Medikamentöse-Therapie bei COVID-19 abhängig von der Krankheitsschwere, eine sehr schöne Abbildung. Hier Hospitalisierung ohne Sauerstoffbedarf, WHO-Skala 4, Low-Flow-Sauerstoff, WHO-Skala 5, High-Flow-Sauerstoff oder NIF-C-PAP, WHO-Skala 6, invasive Beatmung, WHO-Skala 7-9. Und wir sehen hier den Einsatz der Jagd-Inhibitoren mit einer, sollte schwach in den beiden Gruppen hier und SARS-CoV-2 spezifische monoklonale Antikörper auch hier, nicht bei diesen hier und Dexamethason mit einer starken Empfehlung in diesem Bereich, WHO-Skala 5 bis 9, Tocilizumab-Übergang WHO-5 bis WHO-Skala 6 und beim Remdesivir in den beiden Bereichen WHO-Skala 4, aber wie 7 bis 9 auch soll nicht. Und in diesem Mittelbereich WHO-Skala 5 und Skala 6 unklare, nicht ausreichende Evidenz. Antivirale Therapieansätze. Antivirale Therapieansätze zielen auf die direkte oder indirekte Hemmung der Virusvermehrung durch Interaktion mit Schlüsselproteinen des viralen Replikationszyklus oder anderer für die Virusvermehrung notwendiger Strukturen ab. Virusneutralisierende monoklonale Antikörper, MAPs, besitzen die Fähigkeit durch Interaktion mit dem SARS-CoV-2-Spike-Protein, den Viruseintritt in die Zellen zu verhindern. Aufgrund der pathophysiologischen Dynamik von akuten Atemwegsinfektionen, bei denen der Virusvermehrung die größte Bedeutung in den ersten Tagen nach der Infektion beigemessen wird, ist das therapeutische Zeitfenster für antivirale Ansätze im Vergleich zu immunmodulatorischen Therapien kurz und auf die Frühphase der Infektion, in der sich zumeist noch keine eigene Immunantwort etabliert hat, begrenzt. Die Entwicklung einer humoralen Immunantwort mit Immunglobulin G Antikörpern gegen SARS-CoV-2 kann diesbezüglich als Sorgathien. Die Bewertung der Evidenz für nachfolgende Therapien ist naturgemäß auf die in Studien untersuchten Erkrankungsfaden überwiegend später als sieben Tage nach Symptombeginn beschränkt, sodass derzeit keine sicheren Aussagen über einen möglichen Nutzen von antiviralen Substanz in früheren Phasen gemacht werden können. Monoklonale Antikörper Casivirimab im Devimab Empfehlung 21 Bei hospitalisierten IgG-Sero-negativen Patienten mit Covid-19 erkranken und fehlendem Sauerstoffbedarf oder maximal low-flow Sauerstoff sollte eine Therapie mit der Kombination aus den SARS-CoV-2 spezifischen monoklonalen Antikörpern Casivirimab und Indivimab erfolgen. Sondervotum der DKJ Zu dieser Empfehlung legte die DGKJ folgendes Sondervotum ein. Die Fachgesellschaft spricht sich gegen diese Empfehlung aus. Darlegende Evidenzgrundlage Die Evidenzgrundlage zum Einsatz von Casivirimab und Indivimab umfasst Daten von insgesamt 9.785 hospitalisierten Patienten, welche im Rahmen einer Cochrane-Meta-Analyse qualitativ bewertet und analysiert wurden. Auf Grundlage von 3.153 Patienten mit negativen SARS-CoV-2-Immunglubilin G-IgG ergibt sich eine Reduktion der 28-Tage-Sterblichkeit, absolute Risikoaduktion von 29,6% auf 23,7%, relatives Risiko 0,8% und ein positiver Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit einer Krankheitsprogression mit Notwendigkeit einer invasiven Beatmung oder Tod bis zum Tag 28 im Vergleich zum Therapiestandard. Moderate Qualität der Evidenz. Die Evidenzgrundlage zum Einsatz von Casivirimab und Indivimab umfasst Daten von insgesamt 9. In der Gesamtgruppe inklusive der Patienten, welche bereits IgG-Antikörper entwickelt haben, lassen sich hingegen keine positiven Effekte einer Therapie mit Casivirimab und Indivimab ableiten. Die IgG-Sero-negative Studienpopulation umfasste Covid-19-Patienten ohne Sauerstoffbedarf 10% WHO-Skala 4 mit Low-Flow-Sauerstoff 66% WHO-Skala 5 und 23% erhielten eine Form der Beatmung WHO-Skala 6 bis 9. Es gibt keine Hinweise auf vermehrte thromboembolische Ereignisse oder Nierenersatztherapien, moderate Qualität der Evidenz. Es wurden bislang jedoch keine Informationen über das Auftreten von unerwünschten Ereignissen bei hospitalisierten Patienten veröffentlicht. Die Sicherheit und Verträglichkeit von Casivirimab und Indivimab war in Dosierungen von jeweils 600 bis 4000 mg in ambulanten Studien gut. In Anbetracht der positiven Effekte auf die Sterblichkeit und den Krankheitsverlauf bei IgG-Sero-negativen Patienten ohne Sauerstoffbedarf oder mit Low-Flow-Sauerstofftherapie WHO-Skala 4 bis 5 spricht die Leitliniengruppe eine schwache Evidenzempfehlung für den Einsatz bei diesen Patientengruppen aus. Die Verabreichung erfolgt einmalig IV in einer zugelassenen oder von der EMA empfohlenen Dosis. Es gibt aktuell keinen Hinweis auf eine relevante Dosis Wirkungsbeziehung im Vergleich der in den Studien verwendeten Dosierung von jeweils 1200 mg gegenüber jeweils 4000 mg Antikörper. Wenn möglich, sollte eine schnelle serologische Diagnostik zur Bestimmung des IgG-Sero-States zum Beispiel auch im Rahmen eines validierten Point-of-Care-Tests durchgeführt werden. Der Einsatz sollte aber nicht durch ein Abwachen der Diagnostik über 24 Stunden hinaus verzögert werden Siehe auch Empfehlung 25 Der Einsatz bei Patienten mit High-Flow-Sauerstoff oder mechanische Überatmung WHO-Skala 6 bis 9 kann aufgrund des potenziellen Risikos für negative Effekte auf den Krankheitsverlauf in Abwägung von Sicherheitsdaten für dieses spezifische Patientkollektiv zum aktuellen Zeitpunkt nicht empfohlen werden. Zirkuläre SARS-CoV-2-Varianten könnten Resistenzen gegenüber verfügbaren MAPs wie Casirivimab und Imdivimab aufweisen. Behandler sollten vor dem Einsatz die aktuellen Informationen des Robert-Kochs-Instituts beachten. Die Verteilung der MAPs erfolgt über bevorratende Stern- und Satellitenapotheken für monoklonale Antikörper. Eine Beratung kann über das Beratungsnetzwerk der STACOP und DGI in Anspruch genommen werden. Monoklonale Antikörper bei unbekannten IgG-Serostatus Empfehlung 22 Sofern keine tagesaktuelle Bestimmung des Serostatus möglich ist, kann bei hospitalisierten mit unvollständiger Immunisierung und früher SARS-CoV-2-Infektion innerhalb von 72 Stunden maximal jedoch bis 7 Tage nach Symptombeginn eine Therapie mit SARS-CoV-2-spezifischen monoklonalen Antikörpern erfolgen. Bezogen die unvollständige Immunisierung meint, keine oder unvollständige aktive Immunisierung mit einem zugelassenen SARS-CoV-2-Vakzin oder vorliegen einer schweren Immunsuppression. Auch hier ein Sondervotum der DGKJ. Zu dieser Empfehlung legt diese Fachgesellschaft das Sondervotum ein. Sie spricht sich gegen diese Empfehlung aus. Für eine Bewertung des Einsatzes von SARS-CoV-2-spezifischen MAPs bei hospitalisierten Patienten mit unklarem Serostatus liegen aktuell keine ausreichenden Daten vor. Ein klinischer Nutzen bei hospitalisierten Patienten ist nur für Personen, welche noch keine humorale Immunantwort mit IgG-Antikörpern gegenüber SARS-CoV-2 ausgebildet haben, IgG-Seronegativ belegt. Der Einsatz sollte grundsätzlich schnellstmöglich nach der Diagnosestellung erfolgen. Eine tagesaktuelle Bestimmung des Serostatus erweist sich in der klinischen Praxis bisher jedoch häufig als nicht praktikabel. Die hier ausgesprochene Empfehlung beruht auf Expertenmeinungen unter Einbeziehung der verfügbaren Evidenz zur Wirksamkeit und Verträglichkeit von MAPs aus dem stationen und ambulanten Bereich sowie auf bisherigen Erfahrungen aus der Verwendung im Rahmen von individuellen Heilversuchen. Die Leitliniengruppe würdigt die diagnostischen Limitationen bei der zeitnahen Bestimmung von SARS-CoV-2-spezifischen IgG und vertritt die Auffassung, dass diese den Einsatz nicht verhindern sollte, wenn ein klinischer Nutzen angenommen werden kann. Dies ist der Fall bei nicht- oder unvollständig immunisierten Patienten, welche sich in der Frühphase der Erkrankung maximal sieben Tage seit Symptombeginn klinisch vorstellen und hospitalisiert werden müssen, WHO-Skala 4 bis 5, damit hoher Wahrscheinlichkeit von einem negativen IgG-Antikörperstatus ausgegangen werden kann. Gleiches gilt für schwer immunsupprimierte Patienten, die häufig schlechte oder ausbleibende humorale Immunantworten auf aktive COVID-19-Immunisierungen nun zeigen und generell ein stark erhöhtes Risiko für schwere Verläufe von COVID-19 aufweisen. Zur Einschränkung des Schweregrads einer Immunsuppression wird auf die aktuelle Einschätzung der ständigen Impfkommission verwiesen. Im Falle einer nosokomialen SARS-CoV-2-Infektion sieht die Leitliniengruppe ausreichend Evidenz aus den Studiendaten des ambulanten Bereichs, um den Einsatz in der Frühphase der Infektion zu rechtfertigen. Bei ambulanten Patienten mit milder bis moderater COVID-19-Erkrankung und Risikofaktoren für einen schweren Verlauf kann die Verabreichung von SARS-CoV-2-spezifischen MAPs das Risiko für schwere Verläufe nachweislich reduzieren und zu einer schnelleren Reduktion der Viruslast führen. Weiterhin kann die Verabreichung bei stark exponierten Personen im Rahmen einer Post-Expositionsprophylaxe das Risiko für eine symptomatische COVID-19-Erkrankung reduzieren. Die Empfehlung der Leitliniengruppe würdigt das Risiko für einen progredenen Verlauf der nosokomialen SARS-CoV-2-Infektion bei Patienten, die sich aufgrund einer anderen Indikation als COVID-19-stationär Behandlung befinden. Aufgrund der Hospitalisierung besteht hier andererseits die Möglichkeit einer sehr raschen, passenden Immuntherapie mit MAPs im frühen Infektionsverlauf. Diese sollte idealerweise kleiner gleich 72 Stunden nach erstmalig positiven SARS-CoV-2-PCR-Nachweis und, falls voran, kleiner gleich 7 Tage nach Symptombeginn erfolgen. Eine positive Bewertung durch den Ausschuss für Humanarzneimittel der Europäischen Arzneimittelagentur ist bei der Wahl des Antikörperpräparats eine Grundvoraussetzung. Zirkuline SARS-CoV-2-Varianten können Resistenzen gegenüber verfügbaren MAPs aufweisen. Behandler sollten vor dem Einsatz die aktuellen Informationen des Robert-Kochs-Instituts beachten. Die Verteilung der MAPs erfolgt über bevorratende Stern- und Satellitenapotheken für monoklonale Antikörper. Eine Beratung kann über das Beratungsnetzwerk von STACOP und DGI in Anspruch genommen werden. Monoklonale Antikörper Bamlanivimab Monotherapie Empfehlung 23 Der SARS-CoV-2-spezifische monoklonale Antikörper Bamlanivimab soll nicht bei erwachsenen Patienten mit einer in der PCR nachgewiesenen moderat bis schweren SARS-CoV-2-Infektion zur Monotherapie im stationären Bereich eingesetzt werden. Die Evidenzgrundlage umfasst eine RCT mit 314 hospitalisierten Patienten. Ein klinischer Nutzen von Bamlanivimab bei wegen Covid-19 hospitalisierten Patienten mit einer moderaten bis schweren SARS-CoV-2-Infektion WHO Skala 4 bis 6 konnte im Rahmen der Active 3 TIKO-Studie nicht gezeigt werden niedrige bis moderate Qualität der Evidenz. In der Interventionsgruppe bestand ein numerisch häufigeres Aufdrehen von Dialysepflichtigkeit 13 auf 1000 vs. 0 auf 1000 Delir 26 auf 1000 vs. 7 auf 1000 sowie von Grad 3 bis 4 unerwünschten Ereignissen 227 auf 1000 vs. 179 auf 1000 sodass potenziell schädliche Wirkungen zumindest nicht ausgeschlossen werden können. Niedige Qualität der Evidenz Auf der vorgenannten Grundlage spricht die Leitliniengruppe eine starke Empfehlung gegen die Verwendung einer Bamlanivimab-Monotherapie bei wegen Covid-19 hospitalisierten Patienten aus. Für die Kombination der Antikörper liegt derzeit noch keine ausreichende Evidenz aus Phase 3 RCTs vor sodass keine Empfehlung formuliert werden kann. Remdesivir Empfehlung 24 Remdesivir soll bei Patienten mit Covid-19 ohne Sauerstoffbedarf und bei invasiv beatmeten Patienten nicht eingesetzt werden. Ergänzendes Statement Bei hospitalisierten Patienten mit Covid-19-Pneumonie und erforderliche Low-Flow-High-Flow-Sauerstofftherapie oder nicht-invasiver Beatmung kann weder eine Empfehlung dafür noch gegen eine Therapie mit Remdesivir abgegeben werden. Es wurden insgesamt vier RCT in die Evidenzbewertung einbezogen. In der Meta-Analyse basierend auf 7142 Patienten ergibt es im Vergleich zur Standardtherapie kein signifikanter Vorteil im Hinblick auf die 28 Tage Sterblichkeit, moderate Qualität der Evidenz oder hinsichtlich weiterer prädefinierter klinischer Endpunkte sehr niedrige bis moderate Qualität der Evidenz. Unter Ausschluss der größten RCT Solidarity ohne Angaben zum Endpunkt New Need for Invasive Mechanical Ventilation ergab sich auf Grundlage von 1.159 Patienten ein möglicher Hinweis für einen günstigen Effekt auf die Notwendigkeit einer invasiven Beatmung bis Tag 28 mit einer niedrigen Qualität der Evidenz. Die Ergebnisse der Einzelstudien sind heterogen. In einer randomisierten Doppelblindstudie mit 1062 hospitalisierten Patienten der RCT1 verringerte eine 10-tägige Behandlung mit Remdesivir die Zeit bis zur Genesung von Median 15 auf 10 Tage. In einer kleineren RCT mit 237 Patienten konnte kein Effekt von Remdesivir auf die Zeit bis zur klinischen Besserung nachgewiesen werden. Die Ergebnisse einer weiteren Studie waren inkonklusiv. In der WHO Solidarity-Studie erhielten 2750 Patienten Remdesivir. Es fand sich kein Vorteil hinsichtlich der Endpunkte Sterblichkeit, Indizierung einer Beatmung und Dauer der Hospitalisierung. Subgruppenanalysen nach Krankheitsschwere bzw. dem notwendigen respiratorischen Support sind aufgrund unzureichender und uneinheitlicher Differenzierung in den Studienergebnissen, zum Beispiel Solidarity Trial ohne Differenzierung Low vs. High Flow Sauerstoff, methodisch nur eingeschränkt möglich, sodass sichere Aussagen auf Grundlage von ransomiliert kontrollierten Studien nur für Patienten mit inversiver Beatmung oder ohne Sauerstoffbedarf getroffen werden können. Die Verträglichkeit von Remdesivir war in all den Studien gut, wobei sich weniger SAE unter Remdesivir im Vergleich zu Placebo zeigt, niedrige Qualität der Evidenz. Nach Abschluss der Evidenz-Synthese wurden Ergebnisse Discovery-Studie veröffentlicht. Bei hospitalisierten Patienten mit Sauerstoffbedarf oder pneumonischen Infiltraten 857 Patienten war eine Therapie mit Remdesivir dem Therapiestandard nicht überlegen. Aus der Meta-Analyse und Ergebnisse der Einzelstudie kann zusammenfassend keine Wirksamkeit einer Therapie mit Remdesivir für Patienten ohne Sauerstoffbedarf WHO Skala 4 und für Patienten mit mechanischer Beatmungsunterstützung WHO Skala 7 bis 9 abgeleitet werden. Aufgrund des fehlenden klinischen Nutzens bei zugleich relevanten Therapiekosten spricht die Leitliniengruppe eine starke Empfehlung gegen den Einsatz bei diesen Patientengruppen aus. Über einen klinischen Nutzen von Remdesivir bei hospitalisierten Patienten mit Low-Floor-Sauerstoff, High-Floor-Sauerstoff und nicht-invasiver Beatmung WHO Skala 5 bis 6 kann derzeit keine sichere Aussage getroffen werden. Die Aussagekraft von durchgeführten Subgruppenanalysen ist aufgrund von methodischen Einschränkungen durch heterogene Studiendesigns limitiert, sodass weiterhin Unsicherheiten bezüglich eines klinischen Nutzens von Remdesivir bei diesen Patientengruppen bestehen. Rekonvaleszentenplasma Empfehlung 25 Rekonvaleszentenplasma soll nicht bei hospitalisierten Patienten mit Covid-19 eingesetzt werden. Zu spezifischen Subgruppen lässt sich auf Basis der derzeitigen Evidenz keine Empfehlung ableiten. Als Evidenzgrundlage für die Empfehlung dienen 9 randomisiert kontrollierte Studien bei insgesamt 12.762 Patienten lagen Daten zu 28-Tages-Mortalität vor. Aufgrund der Meta-Analyse kann kein Vorteil einer Therapie hinsichtlich 28-Tage-Sterblichkeit, hoher Qualität der Evidenz und des klinischen Zustandes niedrige bis hohe Qualität der Evidenz festgestellt werden. Gleichzeitig zeigt sie ein Trend hin zu einem häufigen Auftreten von schweren, unerwünschten Ereignissen, niedrige Qualität der Evidenz. Weiterhin muss bei der Verabreichung von Plasmapaparaten das immanente Risiko von transfusionsbezogenen Ereignissen berücksichtigt werden. In Abwägung von Risiken und Nutzen von Rekonvaleszentenplasma spricht die Leitliniengruppe eine starke Empfehlung gegen den Einsatz bei hospitalisierten Patienten mit Covid-19 aus. In diese Empfehlung flossen zusätzliche Erwägungen über begrenzte Ressourcen für Logistik der Spende und Verabreichung, Aufarbeitung, Lagerung, Distribution und der finanzielle Rahmen mit ein. Die Herstellung setzt zudem eine ausreichende Spenderverfügbarkeit voraus. Eine flächendeckende Verfügbarkeit der Therapie scheint durch diese Aspekte fraglich. Acetromycin Empfehlung 26 Acetromycin soll nicht bei hospitalisierten Patienten zur antiviralen Covid-19-Therapie verabreicht werden. Acetromycin wurde aufgrund seiner in vitro nachgewiesen antiviralen Wirksamkeit als antivirales Therapeutikum zur Behandlung von Covid-19 vier randomisierten kontrollierten Studien untersucht. Die Evidenzgrundlage umfasst sechs RCT mit insgesamt 8.097 Patienten. In der Meta-Analyse zeigen sich keine Vorteile von Acetromycin im Hinblick auf relevante Endpunkte wie 28 Tage Sterblichkeit, klinische Verbesserung, Beatmungsstatus sowie Hospitalisierungsdauer, moderate bis hohe Qualität der Evidenz. Der größte Anteil des untersuchenden Patienten kollektivs stammt aus der Recovery-Studie mit 7.763 hospitalisierten Patienten, die größtenteils keine invasive Beatmung erhielten. 75% WHO Skala 5 In der Meta-Analyse zeigte es einen Trend zum mehr unerwünschen und schweren unerwünschen Ereignis bei Patienten, die mit Amitrodacetromycin behandelt wurden. Jedoch keine vermehrten kardialen Ereignisse. Niedrige bis moderate Qualität der Evidenz Aufgrund des fehlenden Nutzens bei potenziellem Risiko für unerwünschte Ereignisse spricht die Leitliniengruppe eine starke Empfehlung gegen einen Einsatz von Acetromycin zur antiviralen Therapie bei Covid-19 aus. Bei vermuteter oder nachgewiesener bakterieller Ko-Infektion wird auf den Beginn dieses Kapitels sowie die Pneumonieleitlinien verwiesen. Die Assoziation des Einsatzes von Makrolin wie Acetromycin mit der Verbreitung antibigotischer resistenter Bakterien wurde im Kontext von Covid-19 bisher nicht systematisch untersucht. Ivermectin Empfehlung 27 Ivermectin soll bei hospitalisierten Patienten nicht zur Covid-19-Behandlung verabreicht werden. Es existieren zahlreiche, vielfach nur in Preprint-Form veröffentlichte Studien zu Ivermectin, welche aufgrund des Mangels an erfassten klinisch relevanten Endpunkten und oder aufgrund von methodologischen Mängeln keine Aussage über klinische Endpunkte erlauben. Zum Zeitpunkt des Leitlinien-Updates stehen als Evidenzgrundlage Daten aus 4 RCT mit insgesamt 393 Patienten zur Verfügung, die im Rahmen dieser Leitlinie berücksichtigt werden konnten. In der Meta-Analyse ergeben sich keine günstigen Effekte auf die 28-Tage-Sterblichkeit oder den klinischen Status, sehr niedrige bis niedrige Qualität der Evidenz. In zwei Studien wurden hospitalisierte Patienten WHO Skala 4 bis 5 eingeschlossen und mit Ivermectin oder Placebo behandelt. Es zeigte sich kein eindeutiger Hinweis auf eine schnellere Viruseliminierung in konsekutiven nasopharyngealen Abstrichen in der Gruppe, die mit Ivermectin-Immunotherapie behandelt wurde, sehr niedrige Qualität der Evidenz. Es ergeben sich aus den vorliehen Daten keine Hinweise auf vermehrte unerwünschte oder schwere unerwünschte Ereignisse bei Patienten, die im Rahmen von klinischen Studien mit Ivermectin behandelt wurden, sehr niedrige Qualität der Evidenz. Die Centers for Disease Control and Prevention berichten jedoch über einen deutlichen Anstieg von Meldungen über Medikamenten Toxizitäten in den Vereinigten Staaten, welche mit Ivermectin-haltigen Produkten in Verbindung gebracht werden. Nach Abschluss der Evidenzsynthese wurde eine weitere RCT mit 164 Patienten veröffentlicht. Auch in dieser Prüfung zeigte sich kein Sterblichkeitsvorteil. Aufgrund des unsicheren Nutzens bei potenziellen toxischen Effekten und Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sowie der Gefahr einer missbräuchlichen Verwendung von Ivermectin spricht die Leitliniengruppe eine starke Empfehlung gegen die Verwendung bei Patienten mit Covid-19 außerhalb von klinischen Studien aus. In die kritische Haltung flossen weiterhin grundlegende pharmakogenetische Erwägungen mit ein, wonach mit oraler Verabreichung erreichbare Gewebekonstellation die mittlere Hemmkonstellation in vitro deutlich unterschreitet. Es sind derzeit über 30 laufende klinische Studien zu Ivermectin registriert, welche mehr Evidenz über den Nutzen von Ivermectin bei Covid-19 schaffen könnten. Immunmodulatorische Therapieansätze Die Basis für immunmodulatorische Therapien bei hospitalisierten Patienten mit mindestens Low-Flow-Sauerstofftherapie, Vero-Skala 5 bis 9, bilden aktuell Corticosteroide. Inzwischen wurden darüber hinaus weitere immunmodulatorische Therapieansätze, insbesondere eine Blockade des Zellulin-Interleukin-6-IL-6-Rezeptors oder Modulation des Janus-Kinase-Jag-Start-Signalweges, welcher Signaltransduktoren und Aktivatoren der Transkription reguliert, in klinischen Studien geprüft. Die Jagd-Inhibitoren Baricitinib, Tofacitinib und Ruxolitinib zeigten günstige Effekte auf den Krankheitsverlauf bei Patienten mit moderater Covid-19-Erkrankung, auch ohne Sauerstoffbedarf, Vero-Skala 4 bis 5 und wurden nun erstmalig im Rahmen dieser Leitlinie bewertet. Weiterhin wurde erstmalig der IL-1-Antagonist Anakinra untersucht und bewertet. Kombinationstherapien mit unterschiedlichen immunmodulatorischen Substanzen außer Corticosteroiden sind in klinischen Prüfen bislang nicht untersucht und sollten aufgrund des hohen Risikos auf Wechselwirkungen und oder unerwünschte Wirkungen nicht außerhalb von klinischen Studien angewendet werden. Corticosteroide Empfehlung 28a Bei Patienten mit Covid-19-Sauerstoffbedarf Low-Flow, High-Flow, nicht-invasive Beatmung, C-PAP-invasive Beatmung soll eine Therapie mit systemischen Corticosteroiden erfolgen. Die Therapie sollte mit 6 mg Dexamethason per OZ oder EV über 10 Tage erfolgen. Empfehlung 28b Bei Patienten mit moderater Erkrankung hospitalisiert ohne Notwendigkeit einer Sauerstoffgabe soll keine Therapie mit systemischen Corticosteroiden erfolgen. Die Evidenzgrundlage umfasst 9 RCT mit insgesamt 7.930 Patienten. Für den am stärksten gewichteten Endpunkt eine Verminderung der Sterblichkeit bis zum Tag 28 weist die Meta-Analyse bei hospitalisierten Patienten mit Covid-19 eine Verminderung der Sterblichkeit bis zum Tag 28 mit einer absoluten Risikoreduktion von 27,5% auf 24,5% Konfidenzintervall bei 22% bis 27,5% bei Patienten nach, die zusätzlich zum Therapiestandard mit systemischen Corticosteroiden behandelt wurden. Moderate Qualität der Evidenz. Während der günstige Effekt in der Betrachtung der Gesamtgruppe WHO Skala 4 bis 9 statistisch knapp nicht signifikant ist, Risikorat 0,89, Konfidenz 0,8 bis 1,0, belegt die Subgruppenanalyse einen signifikanten Effekt bei allen Patientengruppen, welche eine Sauerstofftherapie oder respiratorische Unterstützung benötigen. WHO Skala 5 bis 9. Relatives Risiko hier 0,86, Konfidenz 0,76 bis 0,97. Hier zeigt sich zudem eine generelle Tendenz zu einer Zunahme des Effekts bei höherer Krankheitsschwere. Die eindeutigste Evidenz liegt für den Wirkstoff Dexamethason mit 6 mg Tagesdosis vor. In der größten Publizien RCT zu Dexamethason wurde bei invasiv beatmeten Patienten WHO Skala 7 bis 9 eine absolute Sterblichkeitsreduktion von 12% für Patienten mit Sauerstoffbedarf WHO Skala 5 bis 6 von 3% erzielt. Bei Patienten ohne notwendige Sauerstofftherapie WHO Skala 4 zeigte sich in der Meta-Analyse hingegen eine numerisch höhere 28 Tage Sterblichkeit, Risikoratio 1,27, Konfidenzintervall 1,0 bis 1,6 und ein statistisch signifikanter Subgruppenunterschied. Als weiterer positiver Therapieeffekt der Dexamethason-Behandlung von kritisch kranken Covid-19 Patienten zeigte sich in der Meta-Analyse basierend auf einer RCT mit 299 Patienten der Codex-Studie eine Zunahme der Anzahl beatmungsfreier Tage um durchschnittlich 2,6 Tage bei Patienten, die bei Therapiebeginn bereits aufgrund von Covid-19 invasiv beatmet waren, niedrige Qualität der Evidenz. In dieser Studie wurde hingegen keine signifikante Reduktion der 28-Tage-Sterblichkeit nachgewiesen, sekundäre Endpunkte der Codex-Studie. Die Sicherheit und Verträglichkeit von Corticosteroiden bei hospitalisierten Patienten mit Covid-19 wird auf Grundlage vorhandener Evidenz als sehr gut eingestuft, sehr niedrige Qualität der Evidenz. Es gibt aber Hinweise auf nachteilige Effekte auf die Sterblichkeit bei Patienten mit moderater Covid-19-Erkrankungen, die keine Sauerstofftherapie benötigen. Eine erhöhte Anfälligkeit für zusätzliche Infektionen kann aus den derzeitig vorliegenden Daten nicht abgeleitet werden. In Anbetracht der positiven Effekte auf die Sterblichkeit bei Patienten mit Sauerstoffbedarf oder invasiver Beatmung WHO-Skala 5-9 sowie der guten Verträglichkeit und breiten Verfügbarkeit von Dexamethason spricht die Leitliniengruppe eine starke Empfehlung für die Verwendung in diesen Patientengruppen aus. Die Empfohlung, eine Dosis beträgt 6 mg Dexamethason per OSIV täglich für 10 Tage. In begründeten Fällen kann alternativ auch ein anderes systemisches Glucocorticoid, zum Beispiel Hydrocortisum 50 mg IV, alle 8 Stunden verwendet werden. Janus-Kinasiak-Inhibitoren Empfehlung 29a Janus-Kinasiak-Inhibitoren sollten bei Patienten mit Covid-19 erkranken ohne Sauerstoffbedarf oder mit Low-Flow-Sauerstoffbedarf unter Beachtung der Kontraindikation eingesetzt werden. Jagd-Inhibitoren sollen nicht als Kombinationstherapie mit Tozilizumab eingesetzt werden. Die Evidenzgrundlage umfasst 4 RCT mit insgesamt 2.888 hospitalisierten Patienten, welche mit den Jagd-Inhibitoren Baricitinib, Tofacitinib und Daruxolitinib behandelt wurden. In der Meta-Analyse zeigt sich über alle geprüften Wirkstoffe ein günstiger Einfluss auf die 28-Tage-Sterblichkeit mit einer absoluten Risikoreduktion von 10,2% auf 6,2%, 95% Konfidenzintervall, 4,9 bis 8,1% bei Patienten ohne Sauerstoffbedarf oder mit Low-Flow-Sauerstofftherapie, WHO-Skala 4 bis 5, welche mindestens zwei Drittel des untersuchten Kollektivs bildeten. Hohe Qualität der Evidenz. Eine Studie mit 1.525 Patienten erfasste zusätzlich die Sterblichkeit nach 60 Tagen, welche in der Interventionsgruppe ebenfalls niedriger war, moderate Qualität der Evidenz. Im Vergleich der einzelnen Wirkstoffe untereinander zeigt sich keine Evidenz für signifikante Subgruppenunterschiede. Die Sicherheit und Verträglichkeit von Jagd-Inhibitoren war in den Studien sehr gut. Es zeigten sich weniger unerwünschte und schwere unerwünschte Ereignisse, moderate bis hohe Qualität der Evidenz. Gleichsam ergeben sich bisher keine Hinweise auf spezielle unerwünschte Wirkungen, die der Wirkstoffklasse zugeschrieben werden können, wie Anämien, Lymphozytopenien oder Sekundärinfektionen. Sehr niedrige bis niedrige Qualität der Evidenz. Patienten, die eine Therapie mit IL-6-Antagonisten erhielten, wurden in den Studien aus Sicherheitsgründen ausgeschlossen. Aufgrund des nachgewiesen geringen Sterblichkeitsvorteils und des günstigen Nebenwirkungsprofil der für andere Indikationen bereits zugelassenen Wirkstoffe Baracetimib, Tofatizinib und Ruxolitinib spricht die Leitliniengruppe eine schwache Empfehlung für den Einsatz bei Covid-19-Patienten ohne Sauerstoffbedarf oder mit Low-Flow-Sauerstoff WHO-Skala 4 bis 5 aus, zum Beispiel Baracetimib einmal 4 Milligramm pro Tag oder Tofatizinib zweimal 10 Milligramm pro Tag für jeweils 14 Tage oder bis zur Krankenhausentlassung, wenn diese früher stattfindet. Von einer Kombination mit JAK-Inhibitoren und anderen immunmodulatorischen Wirkstoffen außer Corticosterin außerhalb von klinischen Studien muss aktuell dringend aktberaten werden, da bisher keine Daten zur Sicherheit solcher Kombinationstherapien vorliegen. Für sequentielle Therapien von JAK-Inhibitoren und nachfolgenden anderen Immunmodulatoren in der Therapie von Covid-19-Patienten liegen bisher ebenfalls keine Daten vor. Neben der Therapiedauer bis zu 14 Tagen und der damit einhergehende moderaten Therapiekosten wurde durch die Leitliniengruppe eine mögliche Ressourcenproblematik hinsichtlich der zeitgleichen Versorgung von Patienten mit Covid-19 und zugelassenen Indikationen für diese Substanzen berücksichtigt. Tozilizumab Empfehlung 30a Tozilizumab sollte bei Covid-19-Patienten mit pro Redent schwerer Erkrankung zur Covid-19-Behandlung verabreicht werden Empfehlung 30b Tozilizumab sollte nicht eingesetzt werden bei Erkrankungen ohne oder mit niedrigem Sauerstoffbedarf sowie bei bestehender invasiver Beatmung Empfehlung 30c Tozilizumab soll nicht als Kombinationstherapie mit JAK-Inhibitoren angewendet werden Für die Bewertung von Tozilizumab wurden 9 RCT mit insgesamt 6,482 Patienten einbezogen In der Meta-Analyse zeigt sich ein günstiger Einfluss auf die 28-Tage-Sterblichkeit Absolute Risikoreduktion von 30,2 auf 26,6% Konfidenz 24,5 bis 29% Relatives Risiko 0,88 Konfidenzintervall 0,81 bis 0,96 Und den Progress zu einer invasiven Beatmung Moderate Qualität der Evidenz Ein klinisch relevanter Nutzen lässt sich für sauerstoffpflichtige Patienten mit pro Redent erkrankung ableiten WHO Skala 5 bis 6 Nicht jedoch für Patienten mit bereits eingeleiteter invasiver Beatmung Den größten Einfluss auf den positiven Effekt in der Meta-Analyse hat die Recovery-Studie In der 2022 Patienten im Tozilizumab-Arm behandelt wurden Einer Intention-to-Treat-Population Als Einschlusskriterium wurde die Erhöhung des CRP, größer 75 mg, als Polite als Sorgatmarker einer systemischen Inflammation angewendet Die Verträglichkeit von Tozilizumab war in den Studien, welche dezidierte Sicherheitsdaten berichten, gut Es gab keine Hinweise auf mehr unerwünschte Ereignisse oder mehr schwere unerwünschte Ereignisse Jedoch erscheinen die Sicherheitsdaten der Recovery-Studie bereits in der quantitativen Betrachtung als unvorständig berichtet Sehr niedrige bis niedrige Qualität der Evidenz Aufgrund des statistisch signifikanten, aber geringen absoluten Effekts Wurde eine schwache Empfehlung für den Einsatz dieser Substanz in Kombination mit Corticosteroiden Bei Patienten mit rasch progredienter sauerstoffpflichtiger Erkrankung ausgesprochen Bei Patienten sollen Hinweise für eine systemische Inflammation, zum Beispiel deutlich erhöhtes CRP Und ein erhöhter Sauerstoffbedarf vorliegen Für Patienten mit bereits notwendiger invasiver Beatmung über einen Zeitraum von mehr als 24 Stunden sieht die Leitliniengruppe keinen Nachweis für einen Nutzen von Tozilizumab Von einer gleichzeitigen Therapie mit JAK-Inhibitoren wird aus Sicherheitsbedenken dringend abgeraten Über die Wirksamkeit und Sicherheit einer sequenziellen Therapie mit JAK-Inhibitoren liegen keine Erkenntnisse vor Bei gesicherter Unverträglichkeit von Tozilizumab aktiver bakterieller oder fungaler Infektion soll der Einsatz grundsätzlich nicht erfolgen Es liegen keine Daten zur Sicherheit von Tozilizumab bei Schwangerschaft vor Die Dosierung erfolgt in Abhängigkeit des Körpergewichts größer 90 kg, 800 mg, kleiner gleich 90 kg, 600 mg kleiner gleich 65 kg, 400 mg, kleiner gleich 40 kg, 8 mg pro kg Körpergewicht als intravenöse Einmalgabe Eine Empfehlung für eine Wiederholung der Gabe wird aufgrund fehlender vergleichender Studiendaten nicht ausgesprochen Bei der Erstellung der Empfehlung hat die Leitliniengruppe neben den qualitativen Unsicherheiten der Evidenz Siehe Evidenz Report die vergleichsweise hohen Kosten einer Therapie und die aufwändige Refinanzierung berücksichtigt Anarkinra Empfehlung 31 Anarkinra soll nicht bei hospitalisierten Patienten zur Covid-19-Behandlung verabreicht werden Die Evidensgrundlage umfasst ein RCT mit insgesamt 144 Covid-19-Patienten mit Low-Flow-Sauerstoff-Therapie Die WHO-Skala 5, welche aufgrund eines fehlenden Effektivitätssignals vorzeitig beendet wurde In der systematischen Analyse zeigen sich keine positiven Effekte auf klinisch relevante Endpunkte wie Sterblichkeit, Dauer des stationären Aufenthalts oder den klinischen Status Moderate Qualität der Evidenz Eine weitere erst kürzlich veröffentlichte RCT Verglich Anarkinra gegenüber Placebo bei 594 Patienten mit erhöhtem Risiko auf respiratorisches Versagen auf Grundlage eines erhöhten Biomarkers des Urokinase-Plasminoguin-Rezeptor Den Studien in Zusammenhang mit einem erhöhten Progressionsrisiko mit respiratorischem Versagen gebracht wird Eine Evidenzsynthese bei der RCT unter Vernachlässigung dieser spezifischen Vorselektion ergab keine relevante Veränderung Der Effekt auf klinisch relevante Endpunkte zugunsten von Anarkinra Aufgrund der heterogenen Patientpopulation ist eine valide Evidenzsynthese jedoch nicht möglich Es gab in der eingeschlossenen Studie keine Hinweise auf vermehrte unerwünschte Ereignisse bei einer 5-tägigen Therapie mit Anarkinra Niedrige Qualität der Evidenz Bei längerem Gebrauch von Anarkinra im Rahmen anderer Indikationen sind insbesondere schwere Sekundärinfektionen und Blutbildveränderungen bekannt In Anbetracht des unsicheren Nutzens von Anarkinra zur Covid-19-Therapie bei potenziell schädlichen Wirkungen spricht die Leitliniengruppe eine starke Empfehlung gegen den Einsatz außerhalb von klinischen Studien aus Sonstige Therapieansätze Vitamin D3 Empfehlung 32 Vitamin D3 soll nicht bei hospitalisierten Patienten zur Covid-19-Behandlung verabreicht werden Die Evidenzgrundlage umfasst zwei RCT mit insgesamt 313 Patienten Das Cochrane Review zeigt, dass eine Verabreichung von Vitamin D3 bei hospitalisierten Patienten im Vergleich zur Standardtherapie keinen Vorteil im Hinblick auf patientrelevante Endpunkte wie Sterblichkeit und Notwendigkeit einer mechanischen Beatmung hat sehr niedrige bis niedrige Qualität der Evidenz Analog zu anderen Erkrankungen, insbesondere bei schwer verlaufenden Erkrankungen mit notwendiger intensivmedizinischer Versorgung gibt es Beobachtungen, dass bei Patienten mit Covid-19 relativ häufig eine erniedrigte Vitamin D3 Serumkonzentration vorliegt welche möglicherweise mit der Krankheitsschwere korreliert Hieraus lässt sich weder ein Kausalzusammenhang ableiten, noch ist damit eine Therapie mit Vitamin D3 gerechtfertigt Vor diesem Hintergrund spricht die Leitliniengruppe eine starke Empfehlung gegen den Einsatz von Vitamin D3 aus In dieser Entscheidung wurden neben der fehlenden Evidenzgrundlage auch die breite Verfügbarkeit bei niedrigen Kosten das Vermeiden von Fehlanreiz zur Selbstmedikation und potenziell schädliche Wirkungen durch Überdosierung einbezogen Aufgrund der fehlenden therapeutischen Konsequenz wird die regelhafte Kontrolle des Serumspiegels bei Covid-19 Patienten ebenfalls nicht empfohlen Auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung gibt keine pauschale Empfehlung für eine Vitamin D3-Supplementation zur Reduzierung des Risikos für eine SARS-CoV-2-Infektion oder der Schwere des Verlaufs einer Covid-19 Erkrankung ab Insbesondere bei Patienten mit adäquatem Vitamin D3-Status ist bisher nicht nachgewiesen, dass eine Vitamin D3-Supplementation einen diesbezüglichen Zusatznutzen hat Kolchizin Empfehlung 33 Kolchizin soll nicht bei hospitalisierten Patienten zur Covid-19-Therapie eingesetzt werden Die Evidenzgrundlage umfasst drei RCT mit insgesamt 11.517 Patienten In der Meta-Analyse ergibt sich kein Hinweis auf einen günstigen Effekt auf patientenrelevante Endpunkte wie 28 Tage Sterblichkeit oder Einfluss auf den klinischen Status Moderate Qualität der Evidenz Nur eine Studie mit 72 Patienten macht Angaben über unerwünschte Ereignisse Auf dieser limitierten Grundlage geben sich kein Hinweis auf vermehrte unerwünschte Ereignisse durch eine 10-tägige Therapie mit Kolchizin bei Patienten mit Covid-19 mit einer sehr niedrigen Qualität der Evidenz Bekannte unerwünschte Wirkungen dieser Substanz beinhalten insbesondere gastrointestinale Beschwerden Diese unerwünschten Wirkungen wurden in zwei Studien berichtet und traten tendenziell häufiger im Interventionsamt auf lediglich Diarrhoe mit statistischer Signifikanz Es besteht hinreichend Evidenz dafür, dass Kolchizin keinen günstigen Effekt auf den Krankheitsverlauf bei Patienten mit Covid-19 hat Vor diesem Hintergrund spricht die Leitliniengruppe eine starke Empfehlung gegen den Einsatz aus Nun, wir sind am Schluss des Kapitels 8 Medikamentöse Therapie und in dem letzten Beitrag können Sie dann Kapitel 9 Prognose Persistierende Symptome Rehabilitation, Kapitel 10 Besonderheiten bei pädiatrischen Patienten, Kapitel 11 ethische und palliativmedizinische Aspekte und Kapitel 12 Verfügbarkeit von Intensivbetten vertiefen Sie können natürlich auch auf die gesamte Leitlinie frei zugreifen auf der Homepage der AWMF